Unser heutiges Thema sind ja ETFs. Was ist ein ETF? ETF ist in erster Linie zunächst mal ein Fonds, ein kollektives Investmentvehikel. So wie zum Beispiel eine Gewerbeimmobilie, die mehreren Eigentümern gehört, mehreren Gesellschaftern gehört oder ein Mehrfamilienhaus, das auch mehreren Leuten gehören kann, ein kollektives Investmentvehikel ist. Das Fondsprinzip ist eigentlich ein smartes Prinzip. Das Geld, die kleinen Beträge von vielen Einzelanlegern werden gepoolt und dann als Pool, als gemeinsame Summe investiert. Das kann viele Vorteile haben und hat auch viele Vorteile. Beispielsweise senkt es die Kosten, es nimmt den einzelnen Anlegern im Grunde genommen die Arbeit ab oder viel Arbeit ab und so weiter und so fort. Bei solchen Fonds gibt es im Grunde genommen zwei verschiedene Typen. Institutionelle Fonds, das sind also alle Fonds, in die Privatanleger nicht investieren können. Und Investmentfonds, das ist so der allgemeine Begriff, der ist nicht sehr präzise, weil er so generisch ist, in die können Privatanleger investieren. Man hat auch, sagt auch gelegentlich Publikumsfonds, Publikum, also praktisch allgemeine Öffentlichkeit. Im Regulierungsjargon heißen diese Fonds Usage-Fonds. Das klingt jetzt furchtbar technisch und kompliziert, aber dadurch, dass ich das erwähne, ist jetzt sichergestellt, dass sozusagen alle wissen, worüber ich rede. Diese Usage-Fonds sind sehr stark streng regulierte Fonds und das hat in dem Fall große Vorteile. Ich komme darauf noch zu sprechen. Also institutionelle Fonds brauchen wir uns heute nicht damit zu beschäftigen, weil man sowieso nicht darin investieren kann. Das sind Pensionsfonds, das ist der norwegische Ölfonds und andere Staatsfonds. Das sind eigentlich auch Hedgefonds, gehören zu institutionellen Fonds, Private Equity Fonds und solche Geschichten. Publikumsfonds kann man wieder aufteilen in passiv gemanagte Investmentfonds, Indexfonds, die einen Wertpapierindex, das kann ein Aktienindex, kann ein Anleihenindex, Rohstoffindex abbilden. Ohne aktives Management, da gibt es keinen Menschen, der hier irgendwie in die Glaskugel schaut und welches Wertpapier soll ich jetzt kaufen, sondern der Index gibt vor, welche Wertpapiere in dem Fonds drin sind. Eine super clevere Sache, ich komme gleich noch genauer drauf. Und dann gibt es die aktiv gemanagten Investmentfonds, über die ich vorhin schon hergezogen habe. Und bei Indexfonds kann man noch unterscheiden zwischen ETFs, um die es heute geht. Das sind börsengehandelte Indexfonds. Das ist die einzige Art von Indexfonds, die es in Deutschland im Retailmarkt, also für Privatanliegen überhaupt zu kaufen gibt. Und dann gibt es noch nicht börsengehandelte Indexfonds. Es ist eigentlich das Gleiche, aber so kleine Konstruktionsunterschiede gibt es. Die sind aber insofern heute irrelevant, weil es die in Deutschland auf dem Privatanliegermarkt sowieso nicht gibt. Das wäre allerdings in den USA anders. Da habe ich die Wahl zwischen beiden. Auch in der Schweiz übrigens ist es anders. Gut, aber wir wollen natürlich, jetzt haben wir so eine ganz, ganz grobe Vorstellung, wie ETFs in die Welt anderer Liquida Investments und anderer Fonds reinpassen. Aber wir wollen es natürlich noch genauer wissen. Zunächst mal die rechtliche Struktur von ETFs. Und in einem Satz, wenn man das beschreiben möchte, ich komme da noch am Rande zwei, dreimal zurück, könnte man sagen, tried and tested. Also die rechtliche Struktur sozusagen von ETFs oder den Usage Fonds, heißen sie in Europa, in den USA Mutual Funds, die ist vor über 90 Jahren, vor knapp 100 Jahren in den USA erfunden worden. Seitdem immer weiterentwickelt, immer verbessert worden und ist also in diesen 95 Jahren, seit sie es gibt, durch unheimlich viele Krisen, Wirtschaftskrisen, Börsencrash, politische Krisen, natürlich Weltkriege in den letzten 95 Jahren durchgekommen und hat diese Krisen wunderbar, das muss man jetzt hier wirklich sagen und deswegen heißt es hier tried and tested, überstanden. Also die rechtliche Struktur von solchen Publikumsfonds und ETFs sind eine Form davon, die ist super, super gut getestet durch viele Krisen. Also da können wir schon mal einen Haken dran machen. Die Regulierung, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, ist super streng. Es gibt im Grunde genommen kein Finanzprodukt, nicht mal das Sparbuch und auch nicht Lebensversicherungen oder ähnliches oder Zertifikate, das schärfer reguliert ist als diese Justizfonds. Und ich bin im Allgemeinen ein klein bisschen ein Skeptiker, bin marktwirtschaftlich orientierter Mensch und gerade in diesem Land haben wir vielfach zu viel Regulierung, zu viel staatliche Intervention. Aber in diesem einen Punkt, was jetzt Investmentfonds, Publikumsfonds oder spezifisch Justizfonds und zu denen gehören ETFs, was diesen Punkt anbelangt, ist diese Regulierung gut. Weil sie den Anleger schützt, Verlässlichkeit produziert und sozusagen Missmanagement und ähnliche Dinge unwahrscheinlicher macht oder sehr stark erschwert. Und das ist positiv. Das ist für Anleger wie uns gut. Indexfonds, ETFs, die größte Finanzinnovation in den letzten 50 Jahren. Es gibt weltweit, da ist sich eigentlich die Fachzunft einig, keine Innovation in den letzten 50 Jahren, die mehr, also wichtiger war, eine heute ökonomisch gesehen größere Bedeutung hat. Und die positiver wahrgenommen wird von der Fachwelt als Indexfonds. Indexfonds wurden vor ziemlich genau 50 Jahren erfunden. Also Fonds, die nicht aktiv gemanagt sind, sondern einen Wertpapierindex abbilden und ETFs als eine Sonderform oder eine Variante von Indexfonds vor 30 Jahren etwa. Das sagt uns auch gleichzeitig, dass ETFs nichts Neues sind. Das wird manchmal so in den Medien dargestellt. Die gibt es seit 30 Jahren und haben in diesen 30 Jahren auch schon eine Menge Krisen erfolgreich gemeistert. Niemand, niemand kann ich nur nochmal sagen, hat jemals bei einem Indexfonds oder bei einem ETF wegen der rechtlichen Struktur, also nicht dem Investment selber, DAX ETF oder MSCI World oder was immer dahinter steckt, sondern aus der rechtlichen Struktur irgendeinen Nachteil oder einen Schaden erlitten. Und das will ich damit einfach nochmal betonen. Die rechtliche Struktur ist sehr gut und daher auch größte Innovation in den letzten 50 Jahren. Der Marktanteil von ETF wächst seit 2008 stark, ganz einfach, weil es so ein cleveres, gutes Produkt ist und das sehen halt dann immer mehr Menschen weltweit. Und 2008 war bekanntlich der Beginn, Ende 2007 der großen Finanzkrise und damals enttäuschten aktiv gemanagte Fonds ihre Anleger wieder einmal. Das war nicht das erste Mal, leider. Und diese nochmalige oder abermalige Enttäuschung, dass man mit aktiv gemanagte Fonds eigentlich meistens ins Klo greift, das war so ein bisschen der Push, den Indexfonds damals brauchten. Und seitdem geht es markteinteilsmäßig bei Indexfonds nach oben weltweit. Das Anlageuniversum mit ETFs kann man breit oder eng, aber immer diversifiziert, also eng diversifiziert, eng gestreut oder breit gestreut in alle wichtigen Assetklassen investieren. ETFs stehen meistens für Aktien im Bewusstsein der meisten Privatanleger, aber damit hört es ja nicht auf. Aktien sind natürlich sozusagen die wichtigste Anlageklasse, Assetklasse für ETF-Investoren, aber nicht die einzige. Ich kann mit ETFs auch in Anleihen investieren, in Geldmarktanlagen, in Wechselkurse. Also wenn ich will, wenn ich auf die schwedische Krone den Wechselkurs zum Euro spekuliere, kann ich das über ETFs machen. Ich kann in Immobilienaktien investieren, in Edelmetall, in Rohstoffe, in Kryptowährungen. Es geht alles über ETFs, aber Aktien, das ist ganz klar, sind natürlich aus vielerlei Gründen quasi die wichtigste Anlageklasse im Bereich ETF investieren und auf die werde ich heute auch überwiegend den Fokus legen, auf die Anlageklasse Aktien ETF.